Das Lineal hier, der Bleistift dort und wo ist nochmal das Geodreieck geblieben? Wenn Sie dieses lästige Gesuche auch satt haben, dann sollten Sie zu diesem Premium Geometrieset greifen. Hier ist alles drin, was in Schule und Büro zur Hand sein muss. Vom Radiergummi über das Geodreieck bis hin zum Winkelmesser fehlt hier nichts. Ob Winkel messen, Dreiecke zeichnen, Längen überprüfen, mit diesem Set sind sie komplett ausgestattet. Durch die hochwertige Verarbeitung sind die einzelnen Bestandteile äußerst langlebig. Damit alles seine Ordnung hat und nichts verloren geht, wird das Geometrieset in einer kompakten Plastikbox geliefert. So passt es in jede Schultasche. Oder Sie hängen die Box mit der Schlaufe an die Wand. So bleibt der Schreibtisch frei. Beim Premium Geometrieset haben Sie alles, was Sie für geometrische Berechnungen brauchen, schön kompakt an einem Platz. So macht Mathematik direkt Spaß. Probieren Sie es aus!